Ach, komm jetzt! Das Duell wird nie alt, oder? Guck mal, alle sagen Abseits! Alle sagen Abseits! Alle sagen Abseits! Das war einfach perfektes Time! Das war nicht perfektes Time! Das war verdammtes Abseits! Mach das weg jetzt! Enter! Moin Leute! Herzlich willkommen zu einer kleinen weiteren Runde von FIFA 18 hier im Ufo, meine Damen und Herren. Nachdem wir beim letzten Mal den Klassico in Spanien gemacht haben, nehmen wir heute den deutschen Klassico. Schön Bayern gegen Dortmund und dann natürlich haben wir insgesamt zwei Spiele, das bedeutet danach, switchen wir dann einfach. So, dann machen wir auf Fertig. So Leute, jetzt geht's los hier! Ja, da wirst du wieder, ne? Ich werd nervös! Ich muss nochmal rechts drauf drücken, ich seh wieder, in welche Richtung du bist. Achso! Jetzt rund! Oh! Da ist Coman! Was ist das denn? Der wollte so ein bisschen anschlenzen. Was hab ich denn da gemacht? Man kann ja immer so ein bisschen, man sagt dann, Oja, was macht denn der Spieler? Aber letztlich steuert man den ja selber. So, und da müssen wir den Marco langsam mal fliegen! Nein! Oh! Oh, da kommt der, der Au! Was war das denn? Das war ja genau das Gegenstück zu deinem Zeug gerade! Ja, da ist irgendwas. Irgendwas ist da kaputt. Irgendwas ist da im Argen. Ey, ich seh's schon kommen. Okay. Also spannend. Und jetzt nochmal unten. Jetzt Lewa! Lewa... Wust... Nein! Und rüber! Oh, Junge, was denn? Oh Gott! Oh Gott, 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 Gott! Wiesal, der hat den Hammer! Nix, Alter, Bürek hält den fest. Bürki! Nicht Bürek! Oh, schön! Nix! Nix! Guck mal, wie er da runtergekrabbelt ist, Mann! Boah, da fällt er wieder hin! Guck mal, da hast du ihn doppelt mal irgendwie reingewurschtelt. Ach man, das kann doch nicht dein Ernst sein. Da kommt jemand. Habe ich! Boah! Hi, na? Itzi! Hi! Hi! Hallo! Hi! Hey! Na? Na? Was geht's? Hallo! Hallo! Hi! Na? Und jetzt... Jetzt aber... Ah, hier! Oh Gott! Oh, nee, nee! Oh, nee, nee, nee! Oh, nee, 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 nee! Aber den Hammer! Spielt ihr FIFA? Ich glaub schon! Kann auch was anderes... Oh jojoj. Oh ja, das gibt es doch nicht. Mann. Mann. Ja, das hat mich auch aufgeregt, muss ich sagen. Izzy, mit Izzy im Stadion sage ich dir. Das wäre Spaß. Oh, jetzt. Einfach mal. Burek, Izzy. Okay. Schlewandowski, der hält auch einfach manchmal das Bein hin. Oh Gott, der hat mich noch mal ein bisschen näher kennengelernt. Halbzeit, meine Damen und Herren. Wie sieht es denn hier aus? Du brauchst gute Chancen auf beiden Seiten, aber bis dato die fehlten. Ja, die Tor. Ach stimmt, jeder hat zwei Schüsse aufs Tor. Ich hab sogar mehr Ball besitzt. Aber da muss jetzt einfach mal ein Tor fallen. Ich hab ne komische Aufstellung, die gefällt mir gar nicht. Oh Gott. Ernst? Schön durchgesteckt. Und jetzt! Boah. Okay. Das ist ein bisschen knapper als ich gerade das hätte. Also. Er schießt! Und da ist der Elfmeter! Was für ein Foul! Kagawa! Beruhig dich, guck und er packt schon den Kopf. Aber das Problem ist, man sieht jetzt wieder, wie ich schieße. Ja, dann drück auf den rechten Knüppel. Ah. Ne, jetzt ist es weg. Okay. Oh! Das ging es nicht! Oh, ist der noch ins Tor gegangen? Ah ne, der ist dahinter. Okay. Guck mal da! Alter! Und dann! Oh, Junge! Junge, hab ich gerade Schiss gehabt. Okay. Robben, Steigt hoch! Und jetzt! Der Müller, der muss mal raus da! Einmal schön genau auf den Mann, ey. Gar kein Problem, weißt du. Das ist einfach gar kein Problem. Ich merk schon, du bist ziemlich ruhig geworden. Also bei dir ist gerade Tryhard-Mode. Das ist einfach so groß angegangen, das machen wir ein bisschen. Sorge! Komm, Junge! Sorge! Gut, Thema Sorge! Such ihn! Such ihn! Und finde ihn! Und dann findet er ihn, meine Damen und Herren! Jawoll! Yes! Ja! Sorry. Ich werd manchmal ein bisschen emotional. Ja, minimal, nicht. Also... Da ist aber noch Zeit. Guck mal, und da sollte er hin. Da sieht er ihn, der Komma an. Oh, total angriffen. Nee, das hab ich nicht gemacht. Die traben da oben so lang. Oh, den Drobben. Und jetzt. Boah, Junge! Da ist er! Der klassische Robben, er zieht nach innen und dann schalenzt er ihn. Junge! Da lässt er sich feiern. Ja, taktisch war das nicht top. Zucker. Ja. Okay, Mario Götze muss raus. Er hat bis jetzt nur schlechte Form gezogen. Oh Gott. Oh Gott. Jetzt zum Gold, Junge! Das kann nicht dein Ernst sein, jetzt! Weißt du? Drei Minuten. Fallen lassen hat er sich. Ja, genau. Eine mündliche Vermahnung reicht auf jeden Fall komplett in dem Fall. Das war ein richtiges, auf gut Deutsch gesagt, Arschloch-Faul. Ja, das kann doch nicht dein Ernst sein. So, jetzt wird man hier schön schmelle, Alter. Aussteigen! Sie wollen klären, aber der ist noch heiß. Und jetzt Arturo Vidal. Vidal hat Platz! Komm! Oh, ja, 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 ja! Oh, Robben! Sechs Minuten nachgespielt. Das war's, ey. Das war's. Jawoll! 2 zu 0, ey. Das ist der erste Match. Und? Rückspiel starten? Ich muss jetzt hier mal personell einiges umstellen. Nee, aber musst du doch nicht. Lass doch einfach. Nee, ich muss jetzt hier... Okay, okay, okay. Ich muss kurz reingucken. Okay. Weil so läuft's nicht. Ja, ich bin gespannt. Was hast du denn gemacht? Also, du hast ja immer noch ein gutes... Das Rückspiel. Das Rückspiel, Digi. Wird geil. Das wird tatsächlich interessant. Oh, abseits. Und wenn nicht, ist er drin. Aber es ist abseits. Der Schiedsrichter, bitte. Lass einfach mal. Das war meine berühmte Abseitsfalle. Hä? Er feiert noch. Er feiert. Hä? Er feiert immer noch. Als ob das gerade ein Tor ist. Der war nicht abseits? Das war mega. Warte mal. Hä? Kannst du bitte weiter drücken? Warte, warte, warte. Stopp, stopp. Doch. Nein. Hä? Wo? Doch, klar. Das Spiel erkennt das doch. Ja, nice. Ja, GG auf jeden Fall. Ja, der war doch nicht im Abseits. Ich hab ihn auch gesehen. Aber insofern müssen wir ihn mal stoppen. Ne, ne, ne. Doch, man kann ja im Video stoppen. Das wird jetzt hier weiter gemacht. Oh Gott. Das ist jetzt natürlich bescheiden, was hier abgeht. Oh Gott, der ist schnell. Komm, Junge. Und da ist das 2 zu 0. Da jetzt wieder zurückzukommen, das wird natürlich ne... Ach komm jetzt! Guck mal, alle Abseits! Alle sagen Abseits! Alle sagen Abseits! Das war einfach perfektes Timing! Das war nicht perfektes Timing! Das war verdammtes Abseits. Mach das weg jetzt! Enter! Los! Mach weg! Das war einfach perfekt da. Und da kommt der Pass. Guck mal! Der war... Gleich die Höhe. So, super. Ein Dicken. Eine Falle. Jetzt! Krass! Neujahr! Mann! Der Anlauf da ist auch echt widerlich. Hä? So, mal rein da! Und da steht er! Oh! Mann! Hör! Auba! Da ist er! Hahahaha! 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 Jawoll! Da ist er Hedrick, meine Damen und Herren! Schmack! Wo willst du denn hin? Es ist erste Halbzeit, Mann! Es ist ne halbe Stunde! Das kann doch nicht sein! Oh! Oh! Die Ausnahme ist ausgegangen! Zufällig! Wir müssen, glaube ich, nochmal Neujahr aufnehmen! Boah! Aus dem Ding! Ah! Junge! Wie kann der denn auch... Was ist das denn? Alter! Neujahr hat das schon mit einer Hand gehalten bei der WM! Er hat ja schon seinen Hedrick! Es steht ja 4-0! Ich dachte, es wäre 3-0! Reicht jetzt! Ist okay! Ist okay! Ich dachte wirklich! Was ist es denn auch für ein dreckiger Pass, Mann! Ich spiele auch sehr offensiv! Gute Aktion! Tor! Hä? Was habe ich denn so umge... Ich habe nur so zwei Leute ausgewechselt! Wie kann denn sein, dass du da so einfach durchpasst die ganze Zeit? Ne, man hatte das gesehen, dass Aubameyang und Boateng, das sieht man in der Wiederholung vielleicht! Dass sie da einmal... Gleich siehst du das? Da? Da hat er den falschen Schritt gemacht! Und dann passt du und dann kommst du da durch! Ja, ist mir schon klar! Ich habe ja auch schon mal gegen dich gewonnen, aber 5-0 ist auch echt ein neues Low für mich gegen dich! Okay! Jetzt aus dem Nichts! Okay! Aus dem Nichts! Kommt der Krieger! Oh Mann! Oh oh! Oh oh! Bitte! Nein! Bitte! Dankeschön! 5-21! Jetzt kommt die Aufwohljagd! Aus dem Nichts, Alter! 5-25! Da ist da der Rom! Da freut er sich noch! Da ist er! Da freut er sich noch richtig, der Goldjunge! Mist! Ja, uh! Keine zu Null! Hey! Heftig! Habe ich mir mal was gegönnt heute! Jetzt kommt es 10-1! Hatte der noch vor dich anzugreifen gerade oder nicht mehr? Ja, aber das ist jetzt meine Frage! Also guck mal bitte kurz in die Wiederholung! Ich muss halt den anderen steuern, damit der nach hinten zieht, weil der sonst stehen bleibt! Ne, den habe ich nach hinten gezogen und war angegriffen die ganze Zeit oder was? Was ist das denn? Der hatte keine Lust mehr! Ja, Aubameyang auf jeden Fall! Solide Leistung würde ich auswechseln jetzt! Reicht auch! Muss man sagen, ne? Also... Wer hätte... 5-21? 6-21? 6-21! Okay! Ja! Ich muss mal ganz kurz die Facecam neu starten tatsächlich, weil nur eine halbe Stunde brechen die mich ab. Achso! Okay! So! Jetzt aus der Krieger des Lichts! Da ist der Goldjunge! Mhm! Der Goldjunge! Der hat auf jeden Fall heute schon einiges gemacht! Der war auf jeden Fall existent! Ich schwöre dir, ich werde körperlich! Ich werde körperlich, Patrick! Ich... Komm! Aua! Da muss er sein! Die Perfekte! Was? Haus! Schön! Und jetzt einfach mal! Boots! Da ist er! 7-21! Mach bitte einfach die Wiederholung mit! Ich kann doch nicht! Ich... Äh... Ja, ja, ja! Cool! Cool! Wie auch, Aubameyang jedes Tor gemacht! Das ist... Einfach... Wieder... Nichts machen, Alter! Nichts... Freaking machen, Alter! Da gewinnt er den Zweikampf! Es ist wirklich eklig! Es ist der größte Ranz, den ich jemals in meinem Leben gesehen habe! Zum Sturm vielleicht hilft das! Okay, Alter! Immer noch... Superoffensive! Ja, dann ist er nämlich im Grunde, den wir aufzuhalten! Obermeyang! Riesenchance! Da geht er runter und kann den Ball abwehr! Er hat ihn nicht reingemacht! Es ist nicht dein Ernst, das ist trotzdem so weit gekommen gerade! Wie er da einfach durchläuft! Ach, cool! Dass er den da nicht durchsteckt! Weißt du? Jeder kleine Kack passt zu Aubameyang! Weißt du? Der wird da durchgesteckt! Ohne ein Problem zu haben! Und dann auf einmal... Es ist unfassbar! Es ist unfassbar! Ach, Mann! 80. Minute, genau! Oh, oh! Was ist das?! Der nimmt ihn an! Volli! Ah, Mann, ey! Ich spiele einfach weiter mit dem Switch-Controller und hoffe, dass es besser wird! Okay! Hey, Mann! Ich hasse diesen Arsch! Komm her, du Arsch! Das kann nicht sein, dass du damit geradeaus laufen kannst und ich nichts drücken kann! Was für ein dummes Spiel! Ey, was ist es denn? Junge! Ist es dein Ernst? Ja, genau! Und dann im letzten Moment, ey! Meine Hand tut weh davon! Toll! Top-Leistung! Ich muss sagen, also abgerufen habe ich auf jeden Fall! 7-1 ist ein Ergebnis, wo man zufrieden mit nach Hause gehen kann! Weißt du? Ein bisschen Kosmetik ist gemacht worden! Das ist top! Mach deine Abmode! Komm! Mach deine Abmode! Dass du raus bist! Meine Damen und Herren! Das war's mit einem wirklich... Mit einer knappen... Da sehen wir nochmal die seltenen Tore von Aubameyang, der ein solides Spiel gemacht hat! Würde ich mal sagen! Leute, lasst auf jeden Fall eine kleine Bewertung da! Wir spielen jetzt für die gute alte Sturmwürfel auch nochmal das ein oder andere Match! In diesem Sinne! Lasst eine Bewertung da, wenn es euch gefallen hat! Und ihr mehr FIFA sehen wollt! Hau rein! Ciao, ciao!